Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3, wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil dieser Mission, die doch ein bisschen länger dauert, als ich tatsächlich gedacht habe, ich dachte wunderbar, wir kommen nach dem ersten Teil super perfekt durch, nein, kommen wir nicht ganz, wir müssen nämlich noch den Informanten jetzt anledigen, bzw. den Volltrek erledigen, wir haben zwei Informanten, ja, angeworben für uns anladen, wenn der hier, wenn der hier, wenn der hier, wenn der hier ist, für unseren vielleicht neuen Laden, warte mal, Moment, da ist wieder, äh, ist wieder ein, äh, ein, äh, Kasten, da bauen wir natürlich ein elektronisches Teil ein, das ist wieder so ein Abführkasten, das würde ich auf jeden Fall noch übernehmen hier, kann ja nicht, äh, vielleicht ist es ja nicht unwichtig, so, Ja, der hat perfekt, den Weg ist größer, das heißt, wir haben ihn offen, perfekt, wunderbar, und bauen wir das Teil ein, wir haben, glaube ich, noch genug Und der nächste Abhörpunkt ist aktiviert Oh, hier liegen eine Menge Abhör, eine Menge Teile sehe ich gerade, sorry, liebe Leute, ich muss, äh, mal, äh, sammeln Die Frage ist, komme ich da ohne Problem rauf Nicht, was ich so gedacht habe, okay Jetzt liegt hier vorne irgendwo Das sind fünf Stück Ich schaue, sechs, oh mehr, oh Gott, das sind viele Hier, das eine Teil liegt, äh, ich dachte schon, okay Es war nicht so, wie ist das Teil drin Geholt, eins So, äh, das zweite liegt hier auf dem Auto Perfekt, dann nehmen wir das mit Das dritte Teil liegt auch hier vorne irgendwo Plopp, geschafft So, ich würde mal ganz wünschen, ob man die Karte für die Größe machen kann Ja, wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt gerade so eine Möglichkeit finde, so viele Dinge hier zu finden, äh Dann nutze ich die natürlich auch, klar Ich habe das nächste, nächste Ding da hinten irgendwo Ja, super Aber aus dem Wasser klettern, das kannst du nicht, ne? So, habe ich sie alle eigentlich jetzt, dass ich Warte mal, habe ich die jetzt eigentlich komplett Warte mal, das war anders geplant Habe ich die jetzt alle geholt Das war die Infoansicht Die brauchen wir gerade noch nicht Aber gut zu wissen, dass wir die sich jetzt, dass ich weiß, wie sie funktioniert Okay, kann man sich jetzt Ja, den Typ müssen wir töten Das machen wir auch direkt, Moment Wachbosten, 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 Gegner, die Verstärkung bei Rufen, sie daran sind dann falsch Ergibt sich aus, bevor sie ein Telefon erreichen können So, also okay Ich werde hier mal kurz die Typen Oh Getötet Das ist cool, dass der Kollege direkt mir lang gelaufen ist Oh, ja, ja So, die haben wir auch geholt Ja, eigentlich hatte ich einen anderen Plan Da jetzt ein bisschen sneaky reinzugehen Aber irgendwie kam der auf einmal selber angelaufen Weil der muss in der andere So, tot Da liegt Geld So, das sind 500 Dollar mal eben Das sind irgendwelche Notizen, die wirklich wichtig sind Die lesen wir auch mal direkt Ich weiß, dass du nervös bist Wenn Georgie auftaucht Atme auch tief durch Und bleib ganz ruhig Bitte stell keine Fragen Charlie ist ein guter Kerl Aber wenn du anfängst rum zu quatschen Und ihn vor Georgie schlecht aussehen zu lassen Dann macht er dich trotzdem fertig Ja, ja, wie auch immer Äh, wer macht das Ding hier kaputt gerade? Pop, pop, pop Und wir haben die Schadenzimmer schon erreicht Das hat ja relativ gut geklappt Aber hier ist ja irgendwas wichtiges Was haben wir denn hier? Ein Album-Cover, okay Äh Gut Dann Geht als nächstes jetzt Halt, was Geld hier mal mitnehmen Was hier unten noch liegt Warte mal Das ist so ein Schadenschütze Das brauchen wir nicht gerade unwichtig So, rede mit Donnerin Nein, das war cool Das ging aber verdammt schnell Hallöchen Ich mache ein Auto vor allen Dingen Er war kurz davor, den Mann umzulegen Ich war nicht nur kurz davor Ich habe es auch Ich habe ihn auch direkt geholt Wie gesagt, er kann man gelaufen Ich habe ihn umgebracht Und? Ja, passiert Das hört sich nicht so ganz gesund an Hey, ihr Pisser Was macht ihr da hinten? Hallo, aufpassen So, erster Tod Und ein Kollege hole ich mir auch direkt noch mit Und erledigt So Hier drin ist wohl ein Erste-Hilfe-Kasten Den wollte ich eigentlich mal mitnehmen Okay, jetzt kein Eingang Aber wir haben die Typen Dann mal eben kurz geholt Okay, da Bis vor der Irgendwie So, dann nehmen wir den mal kurz mit Äh, halt Ich war eigentlich woanders dran Ich wollte mich der Erste-Hilfe-Kasten Geblindern Wir sind der Moment, kriege ich den da Umgefugtes vertreten Okay, betreten Schuhe auf der Vertreter Ja, wir wollen Wir müssen der Erste-Hilfe-Kasten Da ist der Okay, das ist immer gut Gut, dann nehmen wir das mal mit Wir brauchen nämlich Wir haben noch sechs Bauteile Auf jeden Fall Wir haben noch einmal Oh, äh, das war Ja, ja, Entschuldigung Okay Das werden wir einfach jetzt gerade mal lassen Rote Ampeln Ich brauche vor allen Dingen ein Auto Ich brauche ein Auto Und zwar ohne Zeugen Ey, der wird wahrscheinlich rettpetzen, oder? Ja, komm, wir klauen ihn halt von der Wutteinstelle Scheiße Scheiße Oh So Scheiße Ah, ich kann die Karte Was soll das? Dann nehme ich die Mühe jetzt mit Weil ich hier bin Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt Kein Bock auf irgendwelche Kopf So, verschwinden wir mal gerade hier Da hinten ist wieder so ein Album-Cover Ich weiß das jetzt So, wir verschwinden hier mal So, sind die Kopf jetzt weg, oder? Sind die immer noch da? Nö, sind scheinbar weg Okay An alle Einheiten Suche nach Verdächtigem wird eingestellt Ich wiederhole Suche einstellen und streiten diesen zu fortsetzen Das ist aber nett, dass sie direkt einstellt Die Suche Oh, Alter Ich will ja parken Hopp Ob die Karte ist auf der Zeit Das sind fünf Stück oder sechs Stück Das lässt man einfach mal außen vor Äh Achso Wir sollen warten Warte auf Donovan Wenn du annimmst Werden alle verbundenen Geschäftsziele entfernt Das machen wir doch auch direkt Ich habe den alten Charlie abgehört Und er ist gar kein so ein übler Bursche Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern Und wie es der Zufall so will Ist seine Frau guter Hoffnung In so einer Situation ist es einem egal Für wen man arbeitet Hauptsache man überlebt Der arme Trottel wird ganz sentimental Wenn die beiden über Namen reden Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifes und Thomas Lee Auf jeden Fall haben seine Leute Die Kirche abgeriegelt Das sind alles Typen Die handeln eher nach dem Hinterwäldler Motto Tötet sie Der Herr wird die seien schon erkennen Wenn du die Charlie vorknappst Tut er aber ohne großes Theater Was ihm gesagt wird Seine Infos sind auf dem neuesten Stadt Hier ist er zurück ins Montag Erst muss ich was essen Wir sehen uns dann Wenn du fertig bist Mit diesen inzüchtigen Arschlöchern Hm Gut So Konfitriere vier Finger Charlie Kincaid Äh Der ist Also Denkt an Zu kurzem Die Kirche Und das dortige Heroin-Geschäft Verwandte Aus daher ist es nur Die Wahl Entweder den bisherigen Borussia umzulegen Was sehr schnell Geld bringt Oder ihn anzuwerben Was auf längere Sicht Das Ertrag Das Geschäfte Sehr weh Wir müssen also tatsächlich Da rein So Da kommt noch einer Gute Nacht So Gut Wo kommt der jetzt her Der haut ab Okay Ich bin dieses Arschloch Und seine Spielchen live Hey ihr Penner Er ist da drüben Nachgeladen Geholt Es war auch jetzt Irgendwann gut Nein Wo der denn hergekommen ist Ach von der oben Von der Bühne Steht auch noch zwei Von der oben Von der Bühne Stand noch einer Respekt Da war ich nicht schnell genug Da war ich gerade nicht schnell genug Da oben Ja da muss ich tatsächlich Ein bisschen anders arbeiten Okay Das war Ich hoffe dass das Der genau an dem Punkt lädt Da kommt Ja ich hab 5.000 Dollar Verlor Scheiße Wo ist denn der Ah da Ich weiß von Ne Ich will die andere Waffe wieder haben Die ist besser Da liegt irgendwo Geld da hinten Da liegt sie Ja ich will die Menschen Verletzten Weg die zwei Der hat es auch Erledigt Die Kollegen Brauchen wir nicht Gut Munitionen müssen wir wieder Was ist denn der Tu das Ach kein Problem Das Geld hier mit Schalten wir eure Jungs Auch noch aus Was sind die denn Einer kommt von da Okay Ist nicht mehr da Der ist tot Verdammt Verdammt So der hat jetzt noch Zwei hier oben So Gute Nacht So Dann zeig mal Weil sie den Aha Das Was will ich Kollege Anwerben So Klare sache Was immer ihr wollt Das ist gut Charlie Wirklich gut So Heroin Geschäft Gesichert Gut Dann will man Der Kassandra zu weisen Schickt deine Jungs Zur First Baptist Church Wir haben uns die Redneck Wichser vorgenommen Ich schicke sofort Ein paar Männer rüber Und danke Zauber Perfekt Gemacht So Dann haben wir den Angeworgen Jetzt verdienen wir nicht Auf die Anhieb Geld Weil das hat man vorher gemacht Aber wir verdienen jetzt Auf Step by Step immer Geld Ich schicke Ich schicke Ich schicke Ich schicke Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich bin kein Typ für Sportpläne. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Oh, nee, Moment. Halt. Da ist noch was, ich gerne mitnehmen möchte. Da habe ich das Geld. Und den dritten Erste-Hilfe-Kasten. Wir haben auch schon wieder 6.500 Dollar. Da ist noch mal der Erste-Hilfe-Kasten, den nehmen wir nämlich drei. Und da oben die Ecke liegt noch mal Geld. Wo liegt's, wo liegt's, wo liegt's, da liegt's. Wunderbar. Uh, so gute Waffe. Eine Waffe, da kann ich nicht mitnehmen, da kann ich nicht. Schade, ich dachte, wir könnten die komplette Waffe mitnehmen. Wir nehmen die auch die Munition natürlich noch mit. Zack. Dann fühlen wir nämlich unsere... Ne, es ist eine Weste. Ey, es ist eine Kugelsichere. Gut, damit sollen wir jetzt wirklich feiern. Wir sind's in der nächsten Folge wieder bei Let's Play, ähm, Mafia 3. Und dann sollen wir mit Cassandra reden. Das machen wir auf jeden Fall danach. Ne, bis dann. Und auf Wiedersehen. Tschüss.